Hamburg Hometown Nr. 30 Ja, ich war heute an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag mal für euch im Hagenbecks Tierpark und habe da eine Menge zusammengefilmt. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch. Bis gleich! Hey, Sieh da! Kommen Sie da runter! Ich beiße nicht! Hallo, mein Freund! Heute zeige ich euch Tiere. Kleine und große Tiere. Seid mir bitte! Oh ja, das ist geil. Oh ja, reich mir mal diesen Apfel rüber. Ja, komm. Oh ja. Oh Mann, das wird nicht schmecken. Oh ja, danke, vielen Dank. Oh Mann. Oh ja, danke. Hehehe, ist das lecker. Mehr davon. Ja, mehr davon. Ja, oh ja. Oh Mann, das ist toll. Ja, es ist toll. Warn derfuuu. Ja, da ist šit. Ja, da ist so toll. Ja, ja. Absolutely. Oh my god, dass man hier ist. Ja, wunderbar. Oh ja, das ist euer. Oh ja, oh ja. Oh, mein Arsch. Oh, mein Arsch brennt. Oh, mein Arsch. Mein Arsch brennt. Jetzt krieg ich dich. Aber jetzt. Oh, Mann. Was gucken mich die Leute hier an? Bin ich denn hier der Witzbold vom Lande? Jetzt noch mal. Jetzt aber. Jetzt. Oh, es juckt aber an. Oh, Mann. Oh, jetzt krieg ich dich. Jetzt hab ich dich. Das schmeckt doch, mein Junge. Das schmeckt. Ja, das schmeckt. Muss ich schon gut geben. Das schmeckt. Hey, ich seh da vorne irgendwas. Hey. Da vorne gibt's noch was für Leckeres. Komm mit. Ja, ich komm mit. Einen Augenblick. Ja. Geh schon, mein Kleiner. Geh schon. Ich bleib hier oben. Und... Genni ist die Aussicht. Nee, ich lass dich nicht allein. Hm, was gucken die so blöd? Na, mein Junge, wie geht's dir da unten? Ja. Hm. Siehst du, all diese Leute, bei diesem Anblick bekomm ich einen langen Hals. Ich bekomm einen langen Hals. Oh, Mann. Da muss ich mir erstmal was zu essen. Oh, Mann. Das kann ich nicht mehr ansehen. Oh, Mann. Am liebsten würde ich denen die Haare vom Kopf fressen. Diesen... Diesen... Menschen. Hm, Mann. Mein Junge werde niemals so wie diese Menschen. Okay, Papi. Was gibt's denn hier zu glotzen? Was gucken die Leute so blöd? Ich geh erstmal schwimmen, ey. Ich hab keinen Bock auf so was, ey. Ey, Ernst. Ist dir auch so langweilig wie mir? Ja, absolut, ey. Ey, was soll ich machen, ey. Die Leute auch um uns herum sind so langweilig. Ey, was soll ich machen, ey. Du, Emi. Du hast gesagt, dass du nicht mehr rumplanscht. Und jetzt, jetzt beißt du an... So... Graust du an so'n kleinen Ding rum, ey. Komm schon, ey. Oh. Ey, ich lass sie jetzt hier. Das ist mir zu blöd. Ey, Baby. Wollen wir ein bisschen kuscheln? Nein, ich hab keinen Bock. Ja, wir sind jetzt hier am Ende angelangt und ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Und, ähm... Es gibt bestimmt in naher Zukunft noch mehr lustige Sachen. Also bleibt dran. Euer Jirai. Entschuldigen Sie, Sir. Kommen Sie da bitte runter. Das kann doch nicht angehen. Seit vorhin hängen Sie da oben rum? Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ouh. Vielen Dank.